nächstes spielt sein spiel juventus gegen den fc barcelona ja wir spielen in barcelona barcelona hat gewonnen 0 zu 1 genau da war das eine turnel glückstress das heißt also juve braucht ein tor für die verlängerung genau wenn sie ein zweiter schießen und danach darf es keine unentschieden geben sonst ist juventus der glücklichere nein unentschieden ist egal plötzlich insgesamt nein insgesamt meine ich tschuldige also wenn ein juventus ein tor vorsprung gewinnt so meine ich das kann man machen Oh! Oh, schön! Uff! Ja, die Trommel doch! Das Ding kommt ja nicht verlauten. Das Ding kommt ja nicht verlaut. Das ist ein schnelles Spiel. Bade schenken sich dann nichts. Messi. Schön auf Coutinho. Oh, das war nix. Und... Zulress überrascht mich wieder Messi. Ja, Messi spielt heute eine starke Partie. Oh! Oh! Oh, eine Chance ist die Mist. Walshung, Matuidi! ja sie drücken sie wollen aber das war ja glaube ich schon so im ersten spiel pfu ja stark das ist im antritt schnell und dann wieder immer langsamer irgendwie oh Das ist ja wichtig, Mathias. Ach, wichtig! Oh! Nein! Lass es jetzt bitte, wenn man alles gut sagt. Aber keine Autor mehr. Äh, kaputt oder badelt? Servus, Frosty the Snowman! Frosty the Snowman! I know how this freaks show will do. Welcome to the freak show. Tag der Opponentatis. Ja, wirklich. Bitter. Bitter, ganz bitter jetzt natürlich. Anbahn weniger dazu haben. Genau diesmal kannst, das ist noch nicht ganz Pause. Alter. Ja. Jetzt habe ich überlegt, soll ich bis zur Pause? Aber dann denke ich mal, na pfff. Dann mache ich mal wieder ewig Vorwürfe. Borsch, 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 Borsch ist das. So genau. Da haben wir spacken lassen. Oh, mess. Ah, nicht messy. Ah. Ah, nicht messy. Ah. und jetzt verraten sie sich da starke match aber von beiden ja nicht umsonst war auch das erste match sehr knapp was er noch nicht weiter wie achtel finale gekommen und auch juventus letzte saison ist einer von den beiden wird es aber schaffen dieses fix frage ist nur wer ok danke ich glaube das war nichts ich habe es mit der sich von der schweiz ich habe es 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 Das sind hier alle hinten bei der Ecke. Und jetzt geht man nichts. Man weiß, ein Tor hier im Kampenuto schießen ist schon schwer. Und jetzt geht man nichts. Das ist schön. Das ist schön. Das ist richtig stark. Jetzt tun wir auch von ihm. Das ist schön. 20 Minuten auf der Uhr. Biontech wird kommen. Lecky wird kommen. Da wird er jetzt ein bisschen offensiver schalten müssen. Man wechselt hier nur zweimal. Man lasst sich hier noch einen Wechsel auf. Was man möchte. Nichts riskieren. Vielleicht, dass noch eine Verletzung auftut. Das ist schön. Alles rein. Für Roberto. Der hat Platz, da kommt der normaler Eitel nach hinten. Da geht die Linie da entlang. Aber jetzt längst es. Da wird jetzt gefaltet um jeden Meter. Der hat gut gespielt, er wird vom Feld gehen. Er hat gut gespielt, er wird vom Feld gehen. Und führt fast die Entscheidung körper. Woaah! Woaah! Wahnsinn! Extra-Klassen-Null-Null wird das hier. Eine Wahnsinns-Partie, viele Chancen, viele gute Aktionen. Aber starke Defensive, starke Goal-Leute hier. So, und das könnte jetzt die letzte Aktion für Juventus werden. Nein! Es ist vorbei! Ja, man hat gezittert, aber puh! Juri schafft's! Servus! Nummer 5 oder 6. Vierte Nummer 5 oder 6. Was? Wahnsinn! So was hab ich doch nicht erlebt. Ich auch nicht. Unbelievable! Puh, Juventus schafft's! Erstmalig! Ja, was ihr da vielleicht nicht eingeblendet seht, ist... Was denn? Ja, Juventus hat's geschafft. Erstmalig! Okay, ja, läuft! Was ihr da nicht eingeblendet seht, es kommen immer wieder Leute in die Party rein oder raus. Aber ich hab's ja nicht eingeladen. Das dürfte irgendein Fail sein. Dann... ...